Christine, zum Abschluss, was würdest du gerne noch den Hörern, den Zuschauern mitgeben? Ja, ich glaube, so ein Punkt, der zwar schon so mitschwangen, aber der mir sehr wichtig ist, was mir nämlich damals passiert ist, ist, dass ich ganz viel Verantwortung abgegeben habe. Also ich habe darauf gewartet, dass jemand selber, weiß ich nicht, ein Potenzial bei mir erkennt und sagt, wow, da können wir noch was anderes draus machen. Und für mich ist so ein Learning gewesen, das sich selber, für sich selbst zu tun, die Verantwortung nicht bei uns selbst und wir müssen dafür einstehen, dass es uns gut geht und dann vielleicht auch unser eigenes Potenzial da am Ende heben. Dass man nicht gar nicht irgendwie so eingebildet, sondern gut auf sich zu schauen, zu sagen, wow, was kann ich, was kann ich möglicherweise auch nicht und da auch drauf zu schauen und das dann für uns möglich zu machen. Nicht die Verantwortung an andere abzugeben in der Hoffnung, dass sie uns irgendwann etwas möglich machen. Das ist für mich etwas, was heute immer noch sehr wichtig ist.